Hey, wie schön, dass du wieder hier bist. Heute zu einem etwas kürzeren Yoga-Programm, das für Tage gedacht ist, an denen du dich etwas rastlos fühlst oder von deinen Gedanken überwältigt. Wir starten mit einer beruhigenden Atemübung im Stehen, dann folgt eine kleine stehende Asana-Sequenz, noch zwei Haltungen im Sitzen und wir beenden die Sequenz mit einer kurzen Schlussentspannung. Das Tempo ist eher langsam und der Fokus liegt auf der Atmung, denn wenn der Atem ruhig ist, dann können auch die Gedanken ruhiger werden und wenn die Gedanken ruhiger werden, dann kann Frieden einkehren. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Mitmachen. Stell dich zu Beginn, so wie ich hier, quer auf die Matte. Öffne die Füße ein bisschen weiter als gewöhnlich, sodass du gut und stabil stehst. Und schließ sanft die Augen, roll die Schultern nach hinten unten und nimm zum Ankommen hier zunächst ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Entspann deine Schultern, löse die Zunge vom Gaumen, streich deine Stirn gedanklich glatt. Das ganze Gesicht darf weich werden. Und dann stell dir vor, du könntest all die Themen, die dich bis gerade eben noch beschäftigt haben, in kleine Pakete verpackt beiseite stellen. Na, meistens hilft das ganz gut, besser als die Gedanken zu verdrängen, denn vielleicht sind sie ja auch wichtig. Und vertröste sie so ein bisschen auf später, damit deine Zeit hier auf der Matte möglichst konzentriert sein kann. Und atme noch einmal tief ein und lang aus. Und für unsere Atemübung bring die Füße noch etwas weiter auseinander, dreh die Zehen leicht nach außen. Heb mit deinem nächsten Einatmen die Arme über die Seite nach oben und halte oben kurz den Atem. Stell dir dann vor, du wolltest mit dem Ausatmen die Luft mit Armen und Händen sanft nach unten drücken und lass dir dabei die ganze Ausatmung Zeit. Ruhig und tief einatmen, Arme heben, den höchsten Punkt des Atems spüren und ausatmen. Ellbogen zu den Seiten, Arme langsam nach unten bewegen, bis du alle Luft ausgeatmet hast. Schultern, Arme und Finger sind entspannt. Und mach das so weiter, ganz gründlich und ohne Eile. Stell dir vor, die Bewegung deiner Arme verleiht deinem Atem eine äußere Form. Wenn du möchtest, kannst du auch in der Ujjayi-Atmung atmen. Dabei verengst du die Kehle und atmest langsamer als gewöhnlich mit einem Rauschen im Rachenraum durch die Nase ein und aus. »Achinen«! 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 Und das ist das Wichtigste. dieser Bewegung, wie es sich anfühlt, tief zu atmen. Die Schultergelenke, die Ellbogen, Handgelenke und Finger durchlässig bis in die Fingerspitzen. Um den Kiefer noch mehr zu entspannen, öffne beim Ausatmen den Mund, so als wolltest du einen Spiegel anhauchen. Verlangsame so die Ausatmung noch etwas mehr. Tief durch die Nase einatmen, einen Augenblick halten und hauchend durch den Mund ausatmen, bis du nicht weiter ausatmen kannst. Noch eine letzte Runde. Lass die Bewegungen ausklingen, die Arme hängen, den Atem wieder frei fließen und spüre nach. Öffne deine Augen wieder. Wir kommen zu unserer stehenden Sequenz. Dreh dich zum Anfang der Matte und setz den rechten Fuß weit nach hinten für die Kriegerhaltung 1, Vida Padrasana. Die hintere Fußsohle ist am Boden, der Fuß minimal nach außen gedreht und die Hüfte zeigt nach vorn. Beug das vordere Bein, streck deine Arme wie Flügel zu den Seiten und dann lass uns nochmal Bewegung und Atem synchronisieren. Einatmen, öffne den Brustkorb mehr, heb den Blick. Ausatmen, neig dich nach vorn und umarm eine riesige imaginäre Lichtkugel, das Kinn zur Brust. Einatmen, mach die Arme weit, Herz und Blick weit. Ausatmen, komm nach vorn, umarm diese große Kugel, mach den Rücken rund. Einatmen und ausatmen. Mach das noch zwei, dreimal für dich. Spüre dabei die Stabilität in den Beinen und die Leichtigkeit im Oberkörper. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann bleibe aufrecht und führe mit dem Ausatmen die Arme nach oben. Verschränk die Finger ineinander, Zeigefinger zeigt nach oben. Zieh dich einatmend in die Länge, ausatmend beug das vordere Knie noch tiefer und lass die Schultern sinken. Bleib hier, atme tief, spüre die Verbindung über deine Fußsohlen zur Erde und spüre die Verbindung über deine Kopfkrone und das Mudra, die Hände, zum Himmel. Das Ksepanamudra wird auch die Geste des Loslassens genannt. Löse die Hände, gib sie an die Hüfte und heb die hintere Ferse. Verlagere dein Gewicht auf den vorderen Fuß und heb für die dritte Kriegerhaltung dein hinteres Bein so weit an, wie es dein Gleichgewicht zulässt. Streck die Arme nach hinten oder für mehr Kraft auch nach vorn und versuch für ein paar Atemzüge Ruhe in der Haltung zu finden. Kein Wunsch nach mehr, kein Wunsch nach weniger. Und ohne den rechten Fuß nun abzusetzen, richte dich auf und zieh das Knie zur Brust, greif das Schienbein und stehe auch hier einen Moment still. Der Blick entspannt, der Kiefer gelöst. Löse den Griff und bring in Zeitlupe deinen rechten Fuß wieder zur Erde. Ohne dich da jetzt groß einzurichten, schließ einfach nur deine Augen. Leg die linke Hand auf dein Herz und die rechte darauf. Spür die linke Hand und dein Herz ganz lebendig. Schick Prana, Energie dorthin. Spür die rechte Fußsohle. Spür dein rechtes Auge. Nimm diese drei Punkte gleichzeitig wahr und lass Energie durch dieses Dreieck fließen. Energetisiere die ganze rechte Körperhälfte. Dann öffne wieder deine Augen. Lass die Arme sinken. Die zweite Seite. Setz den linken Fuß weit nach hinten für die erste Kriegerposition. Hintere Fußsohle am Boden, der Fuß minimal nach außen gedreht und die Hüfte zeigt nach vorn. Beug das vordere Bein. Streck deine Arme wie Flügel zu den Seiten und dann lass uns nochmal Atem und Bewegung synchronisieren. Einatmen. Öffne den Brustkorb mehr. Heb den Blick. Ausatmen. Neig dich nach vorn und umarm eine riesige Kugel. Das Kinn kommt zur Brust. Einatmen. Mach die Arme weit. Herz und Blick heben. Ausatmen. Ausatmen. Umarm diese große Lichtkugel. Mach den Rücken rund. Die Beine bleiben ganz stabil. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Mach das noch zwei, drei Mal für dich. Wenn du das nächste Mal einatmest, bleib aufrecht und führe mit dem Ausatmen die Arme nach oben. Verschränk die Finger aneinander. Zeigefinger zeigt nach oben. Zieh dich einatmend in die Länge. Streck die Ellbogen. Ausatmend. Beug das vordere Knie noch tiefer und lass die Schultern sinken. Bleib hier. Atme tief. Spür die Verbindung über deine Fußsohlen zur Erde. Und spür die Verbindung über deine Kopfkrone und das Mudra zum Himmel. Löse die Hände, gib sie an die Hüfte und heb die hintere Ferse. Verlager dein Gewicht auf den vorderen Fuß und heb für die dritte Kriegerhaltung das hintere Bein so weit an, wie es dein Gleichgewicht auf dieser Seite zulässt. Streck die Arme nach hinten oder nach vorn und versuch für ein paar Atemzüge Ruhe zu finden. Kein Wunsch nach mehr. Kein Wunsch nach weniger. Ohne den linken Fuß abzusetzen, richte dich nun auf, zieh das Knie zur Brust. Greif dein Schienbein und steh auch hier einen Moment still. Der Blick entspannt, der Kiefer gelöst. Löse den Griff und bring in Zeitlupe den linken Fuß wieder zur Erde. Schließ deine Augen. Leg die rechte Hand auf dein Herz, die linke darauf. Spür die rechte Hand ganz lebendig und dein Herz. Schick Prana Energie dorthin. Spür die linke Fußsohle. Spür dein linkes Auge. Nimm diese drei Punkte wahr und lass Energie die durch dieses Dreieck fließen. Energetisiere die ganze linke Körperhälfte. Und dann öffne wieder die Augen und lass die Arme sinken. Öffne die Füße etwas weiter als hüftweit, dreh die Zehen minimal nach außen und dann beug die Knie, um dich in die Hocke Malasana zu setzen. Falls die Fersen hochkommen, leg dir eine Decke drunter. Bring die Oberarme an die Innenseiten der Beine, drück die Handflächen aufeinander und dann richte dich nochmal so gut es geht auf. Atme einige Male bis tief in den unteren Bauch und in den unteren Rücken ein und aus. Einatmend nach oben hin wachsen und ausatmend nach unten hin verwurzeln, geerdet sein. Bring deine Hände wieder zum Boden und streck dann nochmal die Beine, baumel dich hier in der Vorbeuge ein bisschen aus, greif deine Ellbogen und schaukel hin und her. Der Nacken frei, der Bauch weich und entspannt. Dann löse den Griff, beuge wieder die Beine, diesmal um dich hinzusetzen auf den Boden. Wir üben noch eine einfache und zugleich wirkungsvolle Drehhaltung, Ardha Matsyendrasana, den Drehsitz. Stell dafür den rechten Fuß außen am linken Oberschenkel auf und wenn du mehr willst, dann winkel auch das untere Bein an. Achte aber darauf, dass du auf beiden Sitzbeinhöckern gleichermaßen sitzt und so eine gute Verbindung zur Unterlage hast. Egal wo du bist, stell dir vor, dass in deinem Brustkopf ein Luftballon ist, der vom Becken weg nach oben fliegt. Setz die rechte Hand hinter dir zum Boden, atme ein, heb den linken Arm und dreh dich ausatmend nach rechts, verhakt den Oberarm. Bleib hier für etwa fünf tiefe Atemzüge, vielleicht übe auch hier wieder den Ujjayi Atem oder auch das hauchende, lösende Ausatmen durch den Mund. Und dann drehst du dich ausatmend nach rechts. Und dann drehst du dich ausatmend nach rechts. Und dann dreh dich langsam zurück nach vorn, löse die Kreuzung der Beine und baue die zweite Seite auf. Stell dann die linke Hand hinter dir auf, lass mit einer Einatmung den Luftballon im Brustkorb groß werden und nach oben fliegen. Heb den rechten Arm, dreh dich ab mit einer Ausatmung nach links und verlangsame hier den Atem. Entspanne dein Gesicht und lass über den nie endenden Atemstrom Ruhe einkehren. Entspanne dein Gesicht und liste nach rechts. Ich bin abgesst, 열・ür Valmetsang. Reh dich zurück nach vorn und löse die Position auf. Komm für die Entspannung in die Rückenlage. Streck deine Beine hier aus, lass die Zehen locker nach außen fallen. Leg die Arme weit neben dem Körper ab und dreh deine Handflächen nach oben. Schließe sanft deine Augen und lass dich fallen in die Symmetrie und in die Geborgenheit dieser Haltung. Atme noch einmal tief ein, öffne die Lippen, atme noch einmal tief aus, werde schwer, schwerelos. Deine Beine entspannt, dein Bauch, die Brust, der Rücken entspannt. Die Schultern entspannt. Die Arme entspannt bis hinunter in die Hände und Fingerspitzen. Dein Gesicht entspannt. Die Mundwinkel, die Lippen entspannt. Die Augenwinkel, die Augen entspannt. Die Stirn, die Kopfhaut entspannt. Der ganze Körper entspannt. Der ganze Körper entspannt. Vertiefe deinen Atem. Vertiefe deinen Atem. Und beginn dich zu strecken, zu räkeln, gähnen, zu seufzen. Und wenn du soweit bist, dann dreh dich auf eine Seite, um von dort ganz langsam mit geschlossenen Augen zurück zum Sitzen zu kommen. Wenn wir konzentriert üben, dann gelingt es uns oft, die Dinge nach der Yoga-Stunde mit einem frischen Blick zu betrachten. Und vielleicht sogar aus einer neuen Perspektive, manches wird relevanter und anderes völlig unwichtig. Für vieles gibt es Lösungen. Und ich hoffe, dir hat diese kleine Auszeit von deinen Gedanken gut getan und du kannst nun mit einem frischen und klaren Blick zurück in deinen Tag gehen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Namaste Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.